Wäre es nicht schön, wenn du jeden Tag mit gesunden Kühen arbeiten könntest? Du deinen Betrieb auf energieeffiziente Weise organisieren könntest? Du den Tieren im Stall mehr Freiheit und Ruhe bieten könntest? Du verhindern könntest, dass eine Kuh krank wird, bevor du Symptome erkennst? Wäre es nicht schön, wenn du das Beste aus deinem Betrieb herausholen könntest? Für die Kuh, für dich und für den Planeten? Automatisierung ist die Antwort, auch für dich. Sie gibt den Kühen mehr Autonomie und mehr Gelegenheit für ihr natürliches Verhalten. Infolgedessen verbessern sich das Wohlbefinden deiner Tiere und deine Zufriedenheit mit der Arbeit. Die Automatisierung bietet Einblicke in die Gesundheit der Kühe, sodass du schneller eingreifen kannst, wenn eine Kuh sich nicht wohlfühlt. Und was noch besser ist? Mit den Daten kannst du vorbeugend handeln und das Risiko verringern, dass eine Kuh krank wird. Die Automatisierung ermöglicht es dir, deinen Verbrauch an fossilen Kraftstoffen und Wasser zu verringern, was sowohl deiner Brieftasche als auch der Umwelt zugute kommt. Das bedeutet, dass du verantwortungsvoll arbeiten und produzieren kannst, in einer stressfreien und nachhaltigen Umgebung, jetzt und in Zukunft. Die Leidenschaft bleibt, die Werkzeuge ändern sich. Das bedeutet, dass du verhandelst, Vielen Dank.